Mein Wirtshaus. Kochen mit Bier. Wird Ihnen präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. In unserer Reihe Kochen mit Bier sind wir dieses Mal ein kleines bisschen außerhalb des Allgäus gelandet. Im Kleinwalsertal. Genauer gesagt in Mittelberg und ganz genau im Hotel Alte Krone. Obwohl nur ein Steinwurf von der Grenze entfernt, ist Kochen mit Bier hier schon etwas Besonderes. Das ist schon außergewöhnlich. Wir probieren immer wieder neue Sachen aus, um die Gäste zu motivieren, hierher zu kommen. Weil, okay, wichtig ist uns die regionale Küche, die gut bürgerliche, gehobene Küche. Aber wir sind immer wieder gern für neue Sachen offen. Gehobene Küche ist das Stichwort. Heute gibt es Törtchen vom Walser Rehkitz mit gebratenen Waldpilzen. Küchenchef Michael Oesterle brät das Fleisch zunächst scharf an. Eine Faustregel kennt man vom Rind. Das sind zwei Minuten auf jeder Seite. Scharf anbraten. Man kann es ein bisschen runter reduzieren, weil man einfach nicht so viel Menge hat an Fleisch. So eine Minute gut scharf anbraten, das wäre eigentlich fast optimal. Dann haut das eigentlich hin. Die angebratenen Pilze, Sandkappen, Steinpilze, Kräuterseitlinge und Egerlinge werden in einen Wirsingmantel gelegt. Das angebratene Fleisch kommt dazu. Und dann alles bei 160 Grad, 15 Minuten in den Ofen. Wir haben einen großen Alakate-Bereich. Und bei dem Alakate-Bereich ist für uns ganz wichtig regionale Produkte. Wir gehören der Genussregion Kleinwalsertal Wild- und Rindbei. Ebenso dem Verein Walser Buder. Und beziehen auch einen Großteil aus der Grenzregion Allgäu. Als Beilage gibt es Kartoffelnocken und etwas Fruchtiges. Wir haben ganz normal Walnüsse kurz in der Pfanne angehen lassen. Dann Orangenfilets geschnitten, dass die weiße Haut einfach die Lamellen weg sind. Dann haben wir mit unserem Löwenzahngelee abgelöscht und Preißelbeeren dazu. Ein bisschen Salz. Das war's dann schon. Nach circa 15 Minuten kann dann serviert werden. Wer aufgepasst hat, weiß, was jetzt noch fehlt. Richtig, das Bier. Schaumig geschlagen, krönt es als Soße dieses außergewöhnliche und doch einfache Gericht. Törtchen vom Walser Rehkitz mit gebratenen Waldpilzen und Kartoffelnocken. Mit Dunkelbiersoße. Ein kleiner Gruß aus dem Kleinwalsertal. Guten Appetit! Mein Wirtshaus. Kochen mit Bier. Wurde Ihnen präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Wurde Ihnen präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Du in der Lebshaus. Man. Wurde Ihnen präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Bis zum nächsten Mal.